So, moin zusammen. Zu Hamburg gehört natürlich der Hamburger Michel. Bam, so ist es. Und ab dem 4.9. gibt es in Hamburg auch Schuhplus-Schuhe in Übergrößen. Ganz genau. Große Damenschuhe von 42 bis 46 sowie große Herrenschuhe von 46 bis zur 54 finden Sie dann in der Hamburger Meile im Shoppingcenter in Barmwitz-Hut. 250 Quadratmeter geballte Übergrößen-Power. Wir freuen uns auf euren und ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.